hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zum neuen video von uns mein name ist der buddha und wir sind die snigglers guild und wir machen hier auf youtube videos rund ums thema play to earn und nft gaming heute liebe leute ein video auf das manche von meinen guild mitgliedern gewartet haben champions ascension bin ich schon seit ein paar monaten investiert hatte aber nie wirklich das hundertprozentige vertrauen hier auch ein video zu machen und euch das mal zu zeigen jetzt ist aber neues gameplay video draußen das white paper ist endlich da und ja wir kommen dem ganzen spiel immer ein bisschen näher und das wollen wir uns heute mal angucken also viel spaß beim video champions ascension ein nft battle game ähnlich zu tecken oder street fighter wir starten direkt mal einfach mit dem gameplay das ist jetzt hier vor zehn tagen rausgekommen wir sehen es ist in einer arena in einem kolosseum und hier kämpfen wir one on one skilled based mit unseren champions man sieht hier auch verschiedenste mechaniken die man wirklich aus fighting games wie zum beispiel tecken oder street fighter oder ähnlichen spielen kennt es hat sehr gute fighting mechanismen also wirklich die community gerade sich dort in diesen fighting games auseinandersetzt ist sehr überzeugt und überrascht davon wie das hier integriert wurde weil bei einem nft spiel gibt es das so vorher noch nicht und wirklich triple a design ein super gutes team dahinter was auch schon mega viel erfahrung damit hat hier auch blogs dann und genau das mit dem team kommen uns gleich noch mal an das white paper kommt uns auch noch mal an und an sich finde ich von der grafik her dafür dass es early gameplay ist wirklich nicht schlecht ich bin sehr gespannt und hier ist es halt auch so ne es ist gilt based man kann hier nicht einfach tausende von scollern anstellen und es kann sofort jeder hier was verdienen sondern man muss ja wirklich auch trainieren stark werden und sich mit dem spiel auch ein bisschen auskennen hohan 2 hat gewonnen sauber das war das gameplay jetzt gucken wir uns erstmal das team und die website an hier sind wir jetzt auf der internetseite von champions ascension champions punkt io genau vielleicht mal ein paar details zu dem mint der mint hat vor ich glaube fast zwei monaten stattgefunden ich war damals auf der whitelist whitelist mint preis waren 0,3 ethereum also relativ teuer der public sale war dann eine dutch auction also hat bei einem ethereum angefangen und ist dann immer weiter runter gegangen und es wurden insgesamt die 10.000 wurden nicht ausgemintet die ursprünglich angesehen waren es wurden nur 7.622 angemintet was natürlich auch erstmal dafür gesorgt hat dass das ganze nicht von den preisen angestiegen ist flippen konnte man auch nicht und ja ich war auch ein bisschen enttäuscht dass es nicht ausverkauft wurde weil vorher so ein wahnsinnig viel hype war aber genau hier sehen wir ein paar von den champions genau den tier habe ich leider erwischt so einen doppelköpfigen nicht so der riesen fan von es gibt echt viel viel coolere aber gut die ganzen kann man sich auf opensea angucken opensea floor preis war heute morgen als ich geguckt habe bei 0,27 ethereum ja es gibt dann verschiedene raritäten und purity auch aber das gucken wir uns alles gleich mal im whitepaper an also hier das ganze ist so ein bisschen aufgebaut auch mit einer open world wie zum beispiel bei world of warcraft aber an sich das haupt gameplay wird erstmal im kolosseum in der mitte stattfinden hier haben wir jetzt mal das team und interessant da zu sehen also die founder mit von champions ascension sind zwei former myspace mitarbeiter da fragt man sich myspace ja was war das überhaupt nochmal vielleicht kennt die eine oder andere person auch gar nicht ja eins der ersten großen social media plattformen die dann aber irgendwann auch abgelöst wurde von anderen und dann haben wir noch einen von 20th century fox ich glaube die haben die machen filme genau und die haben sozusagen jam city gegründet und jam city ist ein spieleentwickerstudio und da war ich selber überrascht dass sie doch echt auch schon große spiele produziert haben bevor sie überhaupt in blockchain gaming reingegangen sind und die spiele die können wir uns ja einmal kurz angucken da haben wir echt große lizenzen auf jeden fall also wir haben hier wirklich von disney ganz viele spiele die hier produziert wurden hier haben wir zum beispiel zwei spiele drachen wie hieß es nochmal drachen leicht gezähmt oder so dann hier frozen adventures family guy spiele haben die gemacht dann harry potter spiel jurassic park spiel was haben wir hier noch ninja turtles ein bisschen das sind alles so ein bisschen mobile games auch gewesen aber trotzdem auch high license games also auf jeden fall ein großes game studio was auch schon viele erfahrungen jetzt sammeln konnte die sich jetzt langsam ein bisschen differenzieren wollen und auch in blockchain gaming reinkommen wollen und da jetzt mit dem ersten spiel champions ascension hier haben wir noch ein paar infos dazu und hier ist jetzt das allererste champions ascension kleiner gameplay trailer und ja wie schon gesagt jetzt auch endlich das white paper draußen und ich will es euch nicht vorbehalten sondern gucken uns das ganze doch mal gemeinsam jetzt an so wie immer wenn wir uns white papers angucken wir skippen immer die unwichtigen teile und suchen uns nur die teile raus die ich jetzt besonders finde hier sehen wir einmal wie viel geld die schon umgesetzt haben und mit was für einem background an geld die hier auch ankommen deren missionen players first dann ein echtes play to earn spielen das kann sich ja natürlich jeder auch immer auf die Stirn schreiben ist natürlich schön und gut wenn sie es dann auch wirklich machen dann game overview am anfang finde ich das white paper ich habe es jetzt schon dreimal gelesen fand ich es am anfang relativ uninteressant hier die welt von champions ascension heißt massina diese große stadt collect in the sand es gibt verschiedene champions die werden dann gleich auch nochmal erklärt die gucken wir uns in ruhe nochmal an verschiedene familien gibt es dann dann gibt es hier die battles als allererstes wird es nämlich in der roadmap haben wir es gesehen hier können wir noch einmal kurz zurückgehen das allererste wir sind ja jetzt hier gerade early 2022 token und staking release das ist der nächste der kommt die prime eternals das waren die die wir sozusagen gemintet haben vor ein paar monaten prime eternals das sind die obersten die höchste rarität sozusagen die die es nie wieder gibt kann man vergleichen mit axi origins oder mit den founding pegas sind die prime eternal hier da kam jetzt die mit dem white paper kamen da sozusagen die owner also die besitzer vorteile raus die gucken uns auch gleich nochmal an token und staking release kommt als nächstes dann ein staking gameplay vergleichbar vielleicht wie bei mouse sound da haben wir auch gerade ein staking spiel dann haben wir ein mvp das wird das pvp gameplay sein also wirklich player versus player dann der battle mode release dann land gameplay da sind wir ganz weit von weg und dann noch gear also rüstung kann man hier nämlich dann auf haben neben dem brüten kann man hier auch noch rüstung herstellen aber das gucken wir uns jetzt auch nochmal an hier genau forge gear champions mit denen kann man dann auch mit ressourcen die man halt im pvp oder auch im pve erspielt da gibt es viele verschiedene tokens die hier auch schon drin sind kann man hier dann rüstung mit forgen der erste token der hier angesprochen wird ist der essence token das ist der die man durch das gameplay dann auch wirklich erspielt und den kann man zusammen mit sogenannten blueprints ne also mit so bau zeichnungen kann man dann rüstung herstellen blueprints kenne ich immer eher aus dem maschinenbau aber genau die muss man sich dann wahrscheinlich auch erspielen oder die kann man auch gewinnen in turnieren und kann man dann damit verschiedenste rüstung auch mit verschiedenen raritäten dann ja herstellen dazu gleich noch ein anderer token der auch noch mal vorgestellt wird aber das möchte ich nicht vorweg nehmen hier haben wir einmal eine übersicht über das land ne hier in der mittel sehen wir kolosseum eternal dort findet das gameplay was wir gerade gesehen haben statt und dann gibt es halt verschiedene distrikte drumherum bei dem man dann auch die chance hat sich land zu kaufen darauf ein haus zu bilden um dann innerhalb des hauses zum beispiel auch bessere rüstung zum beispiel herzustellen und viele weitere sachen die noch dazukommen genau es wird für das land gameplay gibt es an den zweiten token auch ein utility token sei an der stelle gesagt essence haben wir gerade gesehen ist ein utility token massina ist auch ein utility token und dann gibt es noch zwei weitere die geplant sind utility token wir sehen wir haben hier noch keinen governance token hier reden wir momentan nur von utility token nochmals erinnerung utility token haben nie eine maximale versorgung die gibt es unendlich viel vergleichbar slp oder auch wiss aber hier halt gerade unterschiedliche das ist ein neuer ansatz finde ich ganz interessant wir haben ja sonst immer dieses dual token system haben wir ja auch die eine oder andere person die vielleicht mein interview mit dem guten chief geguckt hat chief meinte er investiert in nichts mehr was ein dual token system hat hier haben wir jetzt noch mal einen anderen ansatz wir haben mehrere utility token vergleichbar wäre es jetzt dogami wäre wieder ein gegensatz dazu da haben wir nur ein token für alles sowohl governance wie auch utility also man sieht es gibt immer wieder neue ideen wie man natürlich hier eine vernünftige und gesunde ja wirtschaft auch etablieren möchte und ja jetzt lässt sich momentan nicht sagen was ist der beste weg das wird sich in ein paar jahren zeigen was sich da am besten durchgesetzt hat dual token haben wir jetzt gesehen hatte immer erfolg zwischendurch aber ist dann wieder super runtergecrashed weil halt auch einfach große gilden eingestiegen sind richtig viel geld reingebuttert haben und dann natürlich auch ihre amortisationszeit wieder erreichen wollten ihr return of investment holen wollten und wieder ausgekehrt haben und dann kam immer wieder der große crash von daher bin ich gespannt dass hier zu beobachten bin gespannt ist bei dogami zu beobachten wie sich das dort entwickeln wird so als nächstes mal zu den champions jetzt wird es interessant das white paper denn hier das sind ja die champions die wir schon haben und dort wissen wir bisher auch am meisten von genau wir haben hier verschiedene die prime eternals die haben wir hier sozusagen schon geminte die können wir uns ganz am ende auch noch bei oben sie angucken die haben da auch schöne coole animationen verschiedenste körperteile hier sind einmal die 12 verschiedenen familien aufgelisteten die sehen wir hier immer und die kann man dann in sechs verschiedenen klassen zuordnen und es gibt zwei familien pro klasse und dann haben diese auch noch verschiedene essenzen in sich selber drin also wir sehen ich zum beispiel hier habe diesen doppelköpfigen am coolsten finde ich eigentlich diesen wolf den finde ich ganz nice den hat auch der tv takes the brain von den snigglers der hat den glaube ich auch gezogen da hoffe ich natürlich mit dem mal irgendwann vielleicht zusammen zu brüten da wir beide auch nur ein prime eternal haben würde es da sinn ergeben ne shout out an dich fabi an der stelle und genau hier reden wir jetzt noch einmal von diesen essen denn jeder von den champions hat eine verschiedene essence die dann wiederum stark ist gegen eine andere vergleichbar mit dem axi dreieck ne ein beast axi ist sehr effektiv gegen ein pflanzen axi ein pflanzen axi sehr effektiv gegen ein wasser axi und ein wasser axi sehr effektiv gegen ein beast axi genau solche circles haben wir hier auch nur mit dem unterschied wir haben hier zwei nebeneinander also es macht das ganze noch ein bisschen komplexer und das wird auch das ganze brüten komplexer machen leute wir sind hier wieder im brüten und wer schon länger bei mir auf dem channel dabei ist weiß ich bin eine riesen fan von brüten und auch ein bisschen brüt strategien rausfinden selber für sich selber entdecken und dann da richtig loslegen mit brüten von daher hier habe ich auch richtig richtig lust auf brüten wir sehen hier wird ein bisschen über gene geredet wir haben wieder sechs verschiedene körperteile da haben wir den mund also die fangs den schwanz die hörner die flügel die claws also an den händen und dann noch ein war paint und wie wir sehen wir haben hier immer so x mit dabei die x bedeuten dass das kein ausgeprägtes körperteil ist wir haben es auf unserem champion nicht aber es wird trotzdem als gehen weitergeben bedeutet die claws können bei einem selber nicht ausgeprägt sein bei der elteren generation aber dann bei den kindern weiter also es macht das ganze mit dem brüten auch wieder ein bisschen komplizierter wenn man sich einen perfekten champion sozusagen er brüten möchte hier wird dann noch mal geklärt dass man hat ja ein essence eine essence bei sich sozusagen sein essence core und jedes körperteil hat aber wiederum auch eine andere essence und je mehr pure man ist von der eigenen essence zb mein champion hat die essence live und die körperteile live habe ich nur zwei die anderen sind dann er kein death oder eine von denen hier und je purer man ist desto mehr bonus bekommt man dafür da muss man dann aber auch wieder gucken was wird die meter sein möchte man wirklich ein absolut pure champion haben oder möchte man sich relativ divers aufstellen unterschiedliche körperteile haben um dann sozusagen auch auf seine gegner manchmal eine stärkere attacke zu machen oder möchte man diesen bonus mitnehmen das muss man dann ab wiegen und das wird dann das gameplay sehen zeigen was wir denn hier dann haben hier noch einmal kurz zu den champion tiers es gibt vier verschiedene tiers prime eternal die die wir gemintet haben hier auch schon mit schöner rüstung schon ausgestattet dann darunter die eternals dann die gladiatoren und dann die challengers hier ist es jetzt beim brüten so die diese drei also prime eternals eternals und gladiatoren die können brüten die challengers können nicht brüten und es entsteht beim brüten aber immer ein challenger und die challenger die kann man dann hochleveln und sogar irgendwann ab einem gewissen level dann eine challenge starten und dann auf das nächste tier bringen aber das geht nur das ist hier ein bisschen falsch mit diesen das sieht ein bisschen falsch aus mit diesem letzten fall denn zu einem prime eternal kann man nie wieder kommen es gibt maximal 7622 prime eternals das sehen wir hier auch noch mal ne bei ascension sozusagen erklärt challenger können aufsteigen zu gladiatoren und die können wiederum aufsteigen zu eternals und das ganze natürlich auch wieder use cases für essence genau und hier steht es auch noch mal beschrieben ne 72622 prime eternals that were already released and will never be released again also es wird davon nie mehr geben death and resurrection sehr interessanter burning mechanismus der von anfang an mit da ist ne man sieht ja auf jeden fall die haben sich andere spiele angeguckt was bei denen vielleicht nicht so gut lief und haben direkt raus gelernt ne wenn wir uns zurück erinnern an das burning event von axi ja da wurden irgendwie um die 50.000 axi's geburnt aber es hat dann auch nicht mehr viel gebracht war ja schon zwei millionen im ja im umlauf waren und hier ist es so es gibt gewisse death matches an denen kann man sich entscheiden daran teilzunehmen und wenn man dort stirbt dann kommt unser challenger oder unser eternal in einen soul state und dann kann man sich halt entscheiden möchte ich jetzt lieber essence benutzen und ihn wieder zum leben zu bringen oder möchte ich ihn aufgeben zum necromancer und den dann sozusagen in die natur wieder raus zu geben also zu töten den soul loszulassen und dafür dann materialien bekommen wir auch zum beispiel essence oder bone bone ist wieder ein weiterer utility token der der noch keinen anderen use case hat aber er ist auf jeden fall schon mal hier hinterlegt und den wird man halt bekommen wenn man hier seine champions raus lässt dann hier nochmal prime eternals einmal kurz hier aufgeschrieben es gibt nämlich verschiedene raritäten das gucken wir uns gleich gleich mal bei opens hier an es gibt sogenannte divinity ich möchte jetzt nicht vergleichen unbedingt mit mystischen axis oder mystische körperteile weil dafür gibt es die einfach zu oft wir sehen hier ein divinity die hatte hier fast 40 prozent beim mint sozusagen ich hatte leider ein bisschen pech ne ich habe einen von denen hier bekommen dafür aber eine purity von zwei immerhin das purity scheint mir momentan ein wenig wichtiger zu sein weil man halt dadurch einen bonus bekommt und die divinity halt wirklich nur äußerlichkeiten sind es wird nicht mehr bonus geben haben sie gesagt es ist wirklich nur ein bisschen vom design her und vom aussehen dass das halt schick ist und natürlich dass es ein bisschen rarer ist denn diese divine parts die wird es nur bei prime eternals geben die in den unteren davon werden das nett haben genau hier kann man mal gucken hier können wir meinen mal raussuchen ich habe divinity null purity zwei hier ja mit 14 prozent habe ich die da gezogen ist in ordnung hätten die auch schlimmer erwischen können hier mit ein purity aber gut genau next hier noch mal eternals hier noch was dazu erklärt eine live death arcane essence breeding die challengers können gebreed werden progeny musste ich erst mal googeln das sind die nachkommen und die breedert hier sind die prime eternals eternals und gladiatoren was ich hier super interessant finde ein weiterer mechanismus damit man dieses maximum also dieses inflationäre breeden sozusagen stoppt ist dass ein champion maximal dreimal brüten kann das finde ich sehr sehr interessant denn dadurch wenn wir es uns bei axi angucken bis zum sechsten mal bei pack axi auch bis zum sechsten mal wenn nicht sogar sieben ich bin gerade ganz unsicher lang nicht mehr gebrütet in pack axi um ehrlich zu sein genau und hier ist es halt so eine maximal dreimal aber es kommt noch on top wenn wir einen gladiator haben den dreimal gebrütet haben können wir den nach einem bestimmten level ja wieder auf den nächsten state bringen zum eternal hochstufen und dann kann der eternal aber wieder hat ein breed count von null heißt man kann den natürlich einen sozusagen ein nft hergestellt das kann man dann auch maximal sechs mal brüten aber aber man muss halt wieder zwischendurch essence ausgeben um ihn überhaupt erstmal wieder hoch level zu können also es wird hier ein bisschen gestoppt und ein bisschen runter gedrückt dass das nicht so schnell alles wieder durch die decke geht und gilden da tausende von scrollern wieder einstellen können ja hier einfach nur ein mechanismus um das ein bisschen runter zu schrauben genau gucken wir noch mal weiter utility token haben wir ja schon gehört gibt es die verschiedensten wir sind hier noch auf der ethereum blockchain ich bin mir aber ganz ganz sicher jam city ist nicht auf den kopf gefallen die werden auf jeden fall eine second layer solution entweder über polygon arbitrum oder was auch immer es da noch alles gibt sich aussuchen denn ja wie wir wissen gas fees gehen einfach nicht klar so verrückt letzte woche gas fees irgendwie um die drei dollar heute wollte ich wieder was minden da waren wir wieder schon über die 100 dollar ja ist verrückte zeit momentan aber gut essence token ist hier noch mal kurz erklärt hier sehr sehr schöne schaubilder ganz ganz simpel verstanden hier sind wir der player man kann den equipen mit gier dann kann man hier einen kampf machen kriegt dadurch essence dazu kann dann fürs breeden oder fürs craften wieder essence ausgeben kann das dann kriegt ein champion dazu oder neue rüstung kann den auf den marktplatz geben oder auch wieder equipen dann wieder verkaufen zu anderen massina token da dann noch on top hier die besonderheit die massina token wir erinnern uns das ist für land um land zu kaufen um auf land zu bauen da das kriegen wir nur wenn wir prime eternals staken dafür brauchen wir sozusagen einen der prime eternals staken den und kriegen täglich massina rewards mit dazu und dann können wir entweder beim founder sale massina ausgeben oder können damit dann gebäude bauen und können dann zum beispiel das land oder auch die gebäude wieder auf dem marktplatz geben oder natürlich da auch dann mit den gebäuden hier sehen wir gehen fallen nach oben mit den gebäuden können wir dann auch wieder gear sozusagen herstellen diamant token ein weiterer vorteil von dem prime eternals mit diesen diamant tokens auch wieder utility token damit kann man diamanten gear also diamanten rüstungen herstellen und hier auch nochmal erklärt dadurch dass wir unseren prime eternal staken kriegen wir täglich diamant dazu und diesen diamanten können wir im diamanten shop gear shop sozusagen verbrauchen verbrauchen oder auch wieder direkt verkaufen auf dem marketplace ne genau other token da haben wir nochmal ein bild von diesem bone token und hier auch beschrieben dass auf jeden fall mehr token noch kommen werden ganz am ende davon nochmal eine dao kompability ne dao wer sich damit noch nicht auskennt dezentralisierte autonome organisation absolutes zukunftsmusik jedes projekt was sich das nicht mehr auf die stirn schreibt verpasst auf jeden fall was auch natürlich geschrieben dass das hier viel arbeit braucht so ein dao zu entwickeln und ja dass das für die zukunft geplant ist aber auf jeden fall gut dass sie es hier schon mal etablieren genau und dann noch ein bisschen was zu technology back end gameplay und jetzt kommen wir uns noch mal kurz bei openc die ganzen champions an hier sind wir bei openc ganz wichtig ne created by jam city hq immer darauf achten auch dass der blaue button hier ist es gibt immer wieder öfters von champion in ascension auf jeden fall auch fake seiten bei openc hier sehen wir eine floorpreis 0,27 immer noch volume traded 1800 ethereum also hier ist auf jeden fall auch traffic so man kann hier auch gucken auf activity da ist wirklich stündlich eigentlich was unterwegs hier vor zwölf minuten wurde eine verkauf vor drei stunden vor vier stunden vor 16 stunden hier ist auf jeden fall noch ein bisschen was los jetzt gucken wir uns einfach mal ein paar floor dinger hier an wir sehen hier so ein rhino dann haben wir den finde ich auch noch ganz cool diesen etwas teufeligen hier so ein doppelköpfigen habe ich ja aber mein favorite möchte ich auch noch mal zeigen ich hatte auch überlegt meinen vielleicht wieder zu verkaufen um dann hier wieder einen neuen einzukaufen aber das war mit gas fies mir dann doch ein bisschen zu großer akt wir sehen hier zum beispiel nicht hier sehen wir jetzt so einen rand der hier drum rum geht der hat sozusagen ein divine körperteil das sehen wir dadurch dass das hier so eine eins ist es gibt auch welche mit zweien wir können uns auch mal einen angucken hier haben wir diesen wolf zum beispiel wolf ist einer meiner favorites vielleicht gucken wir uns noch mal einen anderen wolf an vielleicht einen lilanen oder wir gucken uns einfach mal den an dann kann ich euch das wenigstens mal mit dem divine parts zeigen und auch mit der purity wie gesagt ich würde momentan mehr auf purity gucken und genau hier sehen wir es sind wir gerade bei 0,35 ethereum hier ein paar infos dazu stats sind wir jetzt hier bei purity auch 2 von 5 ne also zwei von seinen körperteilen sind in seinem core ne hier haben wir live core und wir sehen da haben wir das horn und auch die flügel das sind live flügel hier genau also purity 2 von 5 genauso wie meiner level sehen wir divine parts 1 von 5 also den finde ich auf jeden fall cool so den würde ich mir auch holen so ein aber wenn ihr euch einen holen wollt würde ich auf jeden fall eher in richtung purity gehen anstatt die wine parts das ist aber auch nur meine vermutung momentan von daher genau wenn ihr noch fragen oder sowas dazu habt schreibt mir doch einfach unten in den kommentar rein wenn es euch gefallen hat bitte lasst ihr einen daumen da und abonniert doch bitte auch den kanal und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video bis dahin save the planet